20 Kinder im Alter zwischen 7 und 12 Jahren haben im Sommer 2018 einen erlebnisreichen Ferien-, Lern- und Sprachaufenthalt im ersten Camp Litz des Roten Kreuzes am Attersee verbracht. Die Mädchen und Buben stammen aus Afghanistan, Syrien, Serbien und Österreich. Zwei Drittel von ihnen sind Flüchtlingskinder. Alle kommen sie aus sozial und bildungsbenachteiligten Familien. Das Motto unseres Lern- und Freizeitcamps lautet Eintauchen in Österreich. Die Basis für das vielfältige Programm ist ein innovatives pädagogisches Konzept. In einem inszenierten Alltag erfolgt die Verbesserung der Sprachkenntnisse der Kinder und die Förderung ihrer sozialen Kompetenzen quasi unbemerkt. Wussten Sie eigentlich, dass jährlich 4.000 Kinder die Pflichtschule abbrechen? Unsere Vision als Rotes Kreuz ist es, dass sozial benachteiligte Kinder einen positiven Pflichtschulabschluss schaffen und damit eine Chance auf aktive Teilhabe an unserer Gesellschaft haben. Mein Name ist Werner Kerschbaum. Ich bin ein begeisterter Vorstand der Aus Liebe zum Menschen Stiftung des Roten Kreuzes. Mit dieser Plattform wollen wir das Besondere möglich machen. Dazu brauchen wir Partner, die mit uns zusammen innovative und wirksame Projekte entwickeln und in diese Projekte investieren. Wir unterstützen Ihr großes soziales Engagement mit unserer Erfahrung und Expertise und schaffen damit gemeinsam die Voraussetzungen dafür, dass wir große gesellschaftliche Probleme lösen können. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.